das war intro so herzlich willkommen wieder bei mir auf dem kanal und ja ich habe schon etwas probiert wenn alles passt und ja keine ahnung wie das zurücksetzen kann neues spiel begehen kann jedenfalls müssen wir das über das hauptmenü machen ich bin gespannt wie das neu ist missionsauswahl glaube ich genau prolog müssen wir starten so schauen wir mal also wir sind ein dings haben wir schon gesammelt gespielt wird jetzt da über controller am pc und ja los Sechst und am liebsten. Der legendäre Dorfessieger, Tante. Nero. Ähh. Uh... Okay, Mr. Faw. Jetzt haben wir jetzt eine Rechnung offen mit dem. So, Handlung. Ah. Dorf ist Wecker. Äh, Fynn Start. Ach so, ach so. Aha, aha, aha. Aha. Start drücken. Weicher. Okay. Springen. Schießen. Smashen. Okay. Da ist die Nummer 5. Der Fünfer. Doppelsprung. Halten. Ja jetzt hin. Okay. Oh. Da haben wir schon. Bäh. Fliegen. Schiss. Ding. Empusa. Ein Empusa ist das? Okay. Okay. Das funktioniert nur so wie bei den alten Teilen. Okay. Bats. Oh je. Machen wir mal geschnitzeltes. Oh je. Oh je. Oh je. Machen wir mal klicken. Eine Punkte haben wir da. 1695. Okay. Okay. Kann ich dir vertrauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Das ist nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aua. Wo ist denn? Alter. Hoppla. Schnell 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 schnell. Ja, das müssen wir auch fertig machen, natürlich. Hm, crazy. Die... Kann man runter da? What? Was fliegt denn da noch rum? Oh, wie keine Chance. Superhero. Auf geht's. Ja. Hoppala. Was? Was? Ah, einen aufgeladenen Schuss können wir machen. Sehr gut. Schön, dass wir heute Zeug einsammeln. In 2040 haben wir da. Sehr gut. Na. Okay. So. Das ist eigentlich nix, oder? Egal, machen wir's. Machen wir's, machen wir's. Hoppala. Ja, was geht denn da ab? Oh je. Der Tante wird schon fighten da vorne, ne? Der Team Z-Crew. Aha. Halte durch, Tante. Ich bring's deinen Onkel. Ja. Ja, der hat er gehen lassen da drin, hm? In seinen Thron. Der Fünfer. Bim, bim. Wer ist denn das Mädel? Ich hab' nicht anstrengungen. Ich hab' nicht anstrengungen. Ich hab' nicht anstrengungen. Ja, der Moped entlang. Hoppala. Ja, geh' nicht anstrengungen. Der's. Wie soll ich das machen? Warte mal. Ist das der unten sein Lebensenergie? Äh, die... Leck' mich doch. Was sollst du denn schaffen, bitte? Ja, sicher. Es ist ein Blasen. Hoppala. Ja, sicher. Ui je. Ja, man muss irgendwie heilen, oder so? Desværre ser ich von von der alle. Der geht gar nichts runter, von der hat seine Energie. Ja, rast da, rast da. Kolle, rast da. Ui. Auch weh. War's das so? Verdammt. Meine Stilpunkte, oder? Wie 280er nicht ausgegangen, oder? Der Herr Dante verwandelt sich wieder. Oh. Ihr verliert noch eine Haunde, du Kasperl. Nein. Urizen, ne? Urizen, ja? Urizen. Er ist mein König Urizen, ja? Das hat Ihr an. Oh yeah. So knärzte Mensch, du. Oh yeah. 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 Ah, klasse C. Bin nur ungeübt. Jetzt haben wir fast 13.000 rote Kugeln. details details nein details ok weiter 5. juni 5 uhr 20 checker capcom presents capcom 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 in the shadows good chart Ich werde ihn mit ihm helfen. Was ist mein Vater? Ich habe mich und meine Mutter verletzt. Ich habe keine Gefühle. Ich glaube, dass Agnus ein guter Vater ist. Ich glaube, dass es nicht so schlecht ist. Es hat viel Spaß gemacht. Und dann aufgedrückt, ne? Ui je. Was ist denn noch hoppern da? Was geht denn da? Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Was ist das? Ah-ha. Ja, war ich sexy, ne? Wie ein Hund, wie ein Hund schaut aus, ne? Nein, super. Also, die machen keine Werbung, viel rauchen, ne? Was ist denn das für wieses, das ist ein Fliegel? Was geht denn da ab? Was ist denn das für wieses? Was ist denn das für wieses? Ding-Dong. Ja. Zack, bumm, liegt da schon. Ja, da schauen wir mal, ne? Ja. Mission 01 starten. Ja. Ich würde sagen, Mission 01, ne, den machen wir in der nächsten Folge. Ja, ciao.